Seid gegrüßt von hier ist der HappyRay mit dem Spiel Shadow the Hedgehog und es geht, es ging, ja, letztes Mal die Story eine Schwur für die Opfer von TheMessie355, jetzt gehen wir an die Story von Dattelking18 und sie beginnt mit Hero, dann normal, Hero, Dark, Hero, das heißt wohl, wir werden ganz nach unten kommen. Wenn wir mal durchstarten, und wie schön, dass du direkt zum Anfang Hero gewählt hast, das heißt, ich darf wieder E-Gens jagen, ich freue mich schon. Ja, wirklich, es ist einfach nur diese erste Mission, ist so eine Qual langsam, weil sie, ich muss einfach zu oft machen jetzt. Und ich möchte es auch nicht schneiden. Wie gesagt, ja, dann sollte ich mich auch nicht drüber beschweren, es ist... Es ist einfach nur so, dass man die halt zu oft machen muss, finde ich. Nicht, dass man doch einbauen hätte können, dass man am Anfang noch... Ja, es ist erst mit einer Entscheidungsfrage entscheiden kann. Ja, willst du dich jetzt erst da oder da anschließen und danach hast du dann lieber zwei unterschiedliche Missionen. Aber egal, man soll nicht meckern, das Spiel ist gut. Mir gefällt es richtig. Und ich schlaube mir gerade so einen wieder ab. Das heißt, ich darf jetzt alles wieder richtig schön untersuchen. Ja, du trägst das Ding. Ich darf jetzt erst mal den Helden spielen wieder. Muhahaha. Aliens töten, Aliens töten, Aliens töten. Ich lasse euch am Leben, dann geht die Zahl nämlich am Ende nicht auf. Fertig. Dann kann ich nämlich alle willkürlich töten. Du bist spät, Shadow. Ja, jetzt... Ja, wie gesagt, ich möchte das nicht. Ich finde das... Ich finde das so ein bisschen sexuell aufdringlich. Oh, Auge, du. Ich zeig dich an wegen sexueller Belästigung. Oh, da. Da, 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 da. Hier zwei Vögel. Hey, wo ist da noch Vögel? Hey, du Vögel. Äh, sonst sieht es nicht so aus, als wäre hier noch irgendeiner. Ah, ich habe nur Pistole... äh, MG. Wop, wop, wop. Ich will keinen verpassen. Ja, sieht nicht so aus, als ob ich jemanden verpasst hätte. Da drüben. Er lebt dann auch. Nö, er lebt nicht. Ist hier noch irgendeiner, der vielleicht Auto fahren will. Oh, eine Kiste. Danke. Da, 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 da. Ah, verdammt, verfehlt. Geht drauf. Geht drauf, habe ich gesagt. Pumps. Ah, Moment. Danke für die Munition. Haha. Pum, 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 pum. Mit Power. Ich mache schon weiter, keine Sorge. Pumps. Ich will meinen Gockel haben. Ich will meinen Gockel. Gib mir meinen Gockel. Ich will meinen Gockelkanone haben. Oh, verdammt, das bin ich schon. Ach, der Schalter war ja hier drun. Da. Bams, Bams. So, geht drauf. Geh drauf da oben. Und du auch. Gib mir meine Gockelkanone. Ja, ich weiß nicht. Ich war mir gerade rummingen, meine Gockelkanone. Ich will sie aber haben. Gockelkanone ist cool. Hier war keiner. So nett so aus. Hi. Ich muss euch nicht töten. Ihr tötet euch von selbst. Ey, du. Geh nicht. Das gibt's ja nicht. Ich denke, es ist Autsch von mir. Komisch. Klappe. Das wird nur drei Sekunden. So. Ah, ha, ha. Ich sage es. Das ist nicht ein Gockelkanone. Da, da, da. Juhu. Gockelkanone. Was machst du? Damit kann ich keinen verfehlen. Damit kriege ich Schäden. Juhu. 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 Es fehlen mir hier nur noch. Ja. Zwölf Stück. Das wird ja richtig lustig. Jum. Stup, 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 stup. Alles hier einsaugen. Einfach saugen. Lalalala. Hey, was zur Hölle ist, du machst das? Oh, sieh. Nur noch mehr. Gib mir deinen besten Schäden. Nach zehn Stück. Das kriegen wir noch locker zusammen. Ich darf nur keinen verfehlen. Oh, sie ist nicht... Hey, nicht schlecht. Hey, hey, nicht... Äh, sie ist nicht schlecht. Äh, was? Ich sauge einfach alle ein. Ich glaube, es ist auch der Vertreter, wie gesagt. Am Ende sind drei Stück. Ich glaube, es ist nur noch ein paar schäden Schäden, die wir auswählen können. Ja, ich brauche jetzt noch einen. Dann müsste die Zahl eigentlich aufgehen. Hm. Okay. Am Ende weiß ich, dass es drei waren. Wenn ich mich nicht irre. Hey, Shadow. Es gibt noch einige schäden Schäden, die wir auswählen. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Diese Schäden sind nicht in Kontrolle. Stop. Ich glaube, es ist ein Schäden, die wir auswählen haben. Ich glaube, es ist ein Schäden. Das ist ein Schäden. Ich glaube, es ist ein Schäden. Ich glaube, es ist ein Schäden. Es ist ein Schäden. Und geschafft! Okay, die müssen wir doch nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Disgusting black creatures. Get out of my sight. Ah, das Blau sieht richtig cool aus. Gerade fällt mir jetzt auf. Bärang. So, und jetzt erwartest du von mir einen Normalweg. Das heißt durchrushen. Im Normalfall. Heißt das durchrushen. Das heißt durchrushen. Das sind so vieleág'n. Das ist jetzt. Das heißt durchrushen. Highway! Ich möchte durchrennen. Normale Weg heißt eigentlich durchrennen. Normale Weg heißt gerade. Ausdruck von der Stadt! Ja, ich muss das Ding zerstören. Dafür brauche ich erst nur Munition. Und du nervst mich nicht. Wo ist das Ding hin? Ja... Ich mach das Ding schon mal Beschädigung hier. Nein, nicht das Ding! Och, Mann! Nein, nicht das Ding! Nicht fliehen! Nicht fliehen! Ich hab keine Munition. Was ich an dir verballern will. So. Schau, Shadow! Die Sektionen der Roller werden von den Schmerzen zerbrochen. Gehe! Gehe das! Mensch, vergib dich! Nein, nein! Ja, das ist schon gut. Ich tu euch ja nix. Damit nicht rum. Gib... Ja, die Waffe ist nutzlos für mich. Ja, die Waffe will ich haben. Deine Waffe will ich haben. Aufmachen. Da lang. Die Waffe will ich nicht. Wir haben einen Händen. Ach... Weißt du was? Ich lass dich am Leben. Tschüss. Guck mal, du dich um diese Club-Stehende da unten. Juhu! Ah, der hat nur... Ihr habt nur noch Pistolen. Ihr seid langweilig. Danke. Das wollte ich schon eher haben. Wow! Da ist es! Ah! Ja, ich werd's schon mischbeilen. Und... Bombs! Gute Nacht dir jetzt. Wo? Shadow! Versuch auf den horizontalen Block! Juhu! Wo ist das Mistvieh? Das Ding... Ich hör's doch. Ich werd ne Munition noch holen. Ah, es ist vor mir. Definitiv vor mir. Da ist es. Mistvieh. Ach ja! Shadow! Renn doch rein! So. Maske kaputt! Maske kaputt, Shadow! Maske kaputt! Das Ding hält nicht mehr viel aus. Aus ineffective. Ja, wir haben das geschafft. Wir haben es geschafft. Das hat's geschafft. Dora, natürlich. Nein, wir haben es geschafft. Ich bin nicht gleich gekommen, das sie villern, maske nach dem Montag. Perfekt. Komm, Blackwall. Möbel die gesamte Stadt und ihre Inhaben auf der Erde. Hey, schau dich aus, big guy! Lass uns Spaß machen! Komm, Blackwall. Möbel die Stadt und ihre Inhaben auf der Erde. Hey, schau dich aus, big guy! Lass uns Spaß machen! Lass uns Spaß machen! Lass uns Spaß machen! Bums! 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 Hier war doch irgendwo was. Habe, nur 5 Ringe. Oh. Kommt her. So, zack, zack. Plopp, plopp. Bums! Guck mal, der hört sogar auf mich. Ah, die hallo, die Ultimatorin! Oh, es ist noch nicht tot! Geht weiter! Also... Ja, wie viel Distanz hast denn du noch? Autsch! Komm mal mit! Wow, Mann ey, du hast so übelste Range! Komm her! Ach, du willst nicht kommen! Ich soll auf dich zukommen! So... Hopps, hopps, hopps! Komm her! Du Schisser! Du Schisser, du! Was bist du für ein Schisser? Und schon flieht er wieder! Was ist denn das für ein Kackschisser? Ich bin die Peckbullchen! Ich hab Angst vor dir! Willst du mir jetzt sagen... Guck dich das an! Der hat heute irgendwas im... Frühstück gehabt! Ich bin gut! Ich bin nicht auf mich zu ärgern! Ach! Du! Damn like Mistvieh! Guck dich doch das an! Ich bin nicht auf mich! Ich bin nicht auf mich! Ich bin nicht auf mich! Ich hab nicht auf mich! Ich hab nicht auf mich! Oh ja! Wow! Zack, 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 zack! Tschüss! Fettes Mistvieh! So! Jetzt wieder zum eigentlichen Thema zurück! Ja, jetzt müssen wir Hero machen! Dann noch Dark, dann Hero! Dattel King 18! Dattel King 18! Dattel King 18! Ich weiß! Dieses Baby ist andauernd weglaufen! Dafür kann ich jetzt aber nix! Ach ja! Ach, diese Sequenz kennen wir auch schon! Das ist doch... Langsam ein bisschen alt! Ja, ja, ja! Ich muss hier Hero machen! Heißer Set! Weil ich muss... Ringer hinsammeln? Mit Tails? Da, ich muss Ringer hinsammeln! Mit Tails! Bams, 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 bams! Ich weiß nicht, ob Tails gesammelt wird, muss ich hier irgendwo sein. Hey, Shadow! Was ist das? Eggman hat die Ringer von überall auf der Welt gelegt und hat diesen Filmpark gebaut. Was hast du gesagt? Was ist das? Die zwei von uns nehmen alle diese Waffe! Oh, verd... Verd... Verdammte Kacke! Weil du... Wir können sie nicht alle einsammeln! So! Das ist es, Shadow! Keep grabbing sie! Kann ich da hier mit Light-Dash? Ja, hu! Bang! Ja, genau! Gib mir deine Waffe! Weil die ist hier wesentlich sicherer als so eine dämliche Lanze! Geh' los, Shadow! So! Bäm! 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 Dün-dün-dün-dün-dün-dün! Ey, du! Juhu! Ach, jetzt kommt das Ballonschießen schon wieder! Okay! Juhu! Okay! Ich glaube, wir haben schon ein Maximum, was wir erreichen können! Und wie viel kriegen wir dafür? Oh, Shadow! Da bist du! Oh, Shadow! Die Schäden-Dietle haben mich am liebsten Teil! Gib mir deine Lieblings-Dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün! Mein Vater, der Schäden-Dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün- Waaah! Ich krieg's nicht! Das ist doof! Fühl ich mich jetzt so ein kleines bisschen unsicher. Moment! Köckelkanone! Kann ich das nämlich einsammeln ohne? Die Kanzlerkanzler sind keine Chance! Wir müssen ihnen helfen! Wir müssen in und aus den Turren gehen! Wo ist die Masse? Um zu füllen, schreibe die B-Buske! Okay, wir haben ca. halb von ihnen bekommen! Ich glaube, du kannst den Rest bekommen! So, jetzt haben wir den Schießstand hier. Ich kann damit denn umgehen! Das ist ein mobiler Gerl! Wollt euch auf dich und schau auf! Wir müssen die B-Buske! Oh, wir müssen die B-Buske nicht machen! Das ist ein mobiler Gerl! Halt rein und schau um auf! Schau um! Schau um! Schau um! Halt, mein Schild! Hier ist dein Schild! Gibt's hier irgendwas? Nö. Scheinbar nicht. Ah, die Nase juckt. So, besser. Blop, 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 blop! Halt, blop, blop, blop! Haha, nein! Ah, verdammt! Jetzt hab ich die Schild-O-Kist noch noch eingesaugt! Ah, verdammt! Tck, tck, tck! Hm! Jeder schlägt so hart, wie er kann! Lass mich auf den Händen! So... Es sind nur noch 100 Stück vor uns! Pfff! Gut, dass das Schild hatte. Und jetzt noch ein anderes Schild. Das ist... Super! Da hinten sah es so aus, als wäre da noch irgendwas. Hm. Nö, hier ist nix. Gibt mir leid, dass ich dich ignoriere. Aber vielleicht ist es auch besser so für dich. Boah! Sag mal... Ihr habt so heute doch echt ne Maler, oder? Kann das sein? Was soll ich denn da oben dran kommen? Habe ich denn da oben dran kommen? Habe ich irgendwas übersehen? Oh ja, da ist was! Was soll ich denn da dran kommen? Ah! Verdammt! Mist viel! Nö, egal! Was soll ich denn da oben dran kommen? Kannst du mal aufhören, deinen Bewegungsmustern dauernd neu abzuspielen? Das nervt langsam! Naja, egal! Kann ich vielleicht hier zurückgehen? Nö! Ich saug die jetzt mal ein! Gucken mal, ob ich vielleicht nach innen springen kann! Sieht da doch aus! Ja, da ist noch eine Schussgallerie! Ich denke mal, das krieg ich so zusammen, wenn ich dann weiß, wo ich hingehen muss. Zack, zack, zack! Zack, zack! Sag ja, es sind eigentlich so wenige, der kann es eigentlich nicht mehr so. Nein! Aaaaaah! Verdammte Kacke! Verdammte Kacke! Verdammte Kacke! Du, Drecksack! Die Schussgallerie sind links! Sei vorsichtig! Äh... Hä? Nö, da geh ich dann runter. Ähm... Runter von der Wand Shadow. Ach, egal! Das reicht schon, was ich hier finde. Das ist alles noch! Entschuldigung, Doktor. Ich habe keine Zeit für die Spiele. Entschuldigung, Doktor. Ich habe keine Zeit für die Spiele. Entschuldigung, Doktor. Du hast meine ganze Ringe geklaut. Das mache ich nicht fertig. Nö. Ich dachte schon, jetzt kommt das wirklich so. Du hast meine ganze Ringe geklaut. Das meiste ist doof. Du doof. Ja, du ganz doof. Der Ruins. Drohtes Ruinen. Na, mal gucken. Wir müssen hier böse sein. Eliminate die schwarzen Aliens. Oh, ja. Genau. Wir rennen jetzt einfach schön durch den Wald. Ich muss sagen, Musik ist cool. Flieh aus dem Wald. Hi, Rouge! Ich werde die trotzdem platt machen, da ich Kiosk Control dadurch vollkriegen will. Ein bisschen Zeit zu sparen. Oh, ha, ha, ha. Hey, du. Hm, nicht den Weg, den ich gehe. Ich frage mich, ob ich dann hier diesen Black Bull Boss umgehen würde, wenn ich jetzt aus dem Wald fliehe. Dann nämlich richtig cool. Aha. Haha, Gockelkanone. Juhu. Gockel. Ich mag diesen Gockel. Ah, das habe ich schon oft genug gesagt. Ja. Ich zeige. Nur, denn es ist nur wichtig. Es entspricht sich darum, dass es die verdächtig ist. Wie wir jetzt Töten gehen wollen. Hm, du, Pflanze. Wie zum Mal, meine Lieblingsmöbel. Ich will sie nicht töten. Ich will nur die eigenen Weg gehen. Ich werde das nicht From here zurückgehen. Das ist von mir! Wir haben sie! Das war's für mich! den Weg von Dattelking18 und ja viel Spaß! See ya!